Liebe Solitaire-Fans, dieses Video ist für euch. Ich habe letzte Woche gerade meinen 60. Geburtstag gefeiert. In meinem Alter lässt meine Sehkraft nach. Wenn ich Solitaire spiele, fällt es mir schwer, alle Farben zu erkennen. Vor kurzem habe ich ein Spiel gefunden, das speziell für Senioren entwickelt wurde. Solitaire. Dieses Spiel hat meine Augen sehr gut geschützt und mir auch geholfen, besser zu schlafen. Keine nervigen Anzeigen, kein WLAN erforderlich, große Schriftart, große Karten, 100% kostenloser Download. Solitaire. Für Senioren konzipiert. Große Karten. Große Schrift. Kostenlos spielen. Kein WLAN erforderlich. 85,8% der Senioren spielen Solitaire, um besser zu schlafen. Solitaire. Für Senioren konzipiert.